jetzt haben wir hier alles abgeklappert können ja mal kurz auf die übersichtskarte gucken ja feo wade heiligtum des eidbinders hasongo tikawara botenwacht stauholz wieder löhne abgezogen das ist nicht schlimm so dann gehen wir direkt zum hafen und sind wieder auf unserem schiff ja gut wir müssen nach hasongo das heißt wir segeln mal nördlich um die insel sagt bloß wir werden hier verfolgt das finde ich wiederum jetzt cool dass die das ist nicht seraphim der da singt oder so gehen wir mal aufs schiffs deck während wir hier segeln weil jetzt kann ich wieder ein bisschen konversation mit den leuten an deck führen gerade mal gucken ob anhoff mir was neues zu sagen hat auf dem schiff wegen seiner aufgabe ja darum steht auf jeden fall maya rum mit ihr haben wir noch nicht geredet oswald steht auch hier rum woher geht die reise heute captain ja rumtrottel regere die könnte hier mit tekeo reden hat seraphim was besonderes zu sagen gucken wir erstmal nach seraphim ich will nicht der geschäft erklärt aber wenn ich das siegeln nach todesdicht setzen werfe seine reparatur sind den anker hoch später vielleicht später sicher sicher wir haben es nicht eigentlich schnell wieder zum herrn der freizeit zurück zu sehen sein dickes ohr zuckt naja solange wir uns darum nicht kümmern wird uns auch sein ehemaliger captain in ruhe lassen so wir könnten mit maya reden aber mit der kann ich auch später reden ich gebe erst mal unter deck ich will mit anhoff reden ob er sich jetzt traut an deck was neues als an bord was neues zu sagen und wir können mal mit palagina reden da ist so die ich höre sagt mir einfach was du aus dem herzen aus ist wie fühlst du dich hat es letzte zeit irgendwelche alträume die dein einziger takt hier kann ich gut schlafen da ist sehr gut zu ich wusste nie dass das nichts nicht so warm und schön anfühlen kann es klingt als ob die eine last von den schütteln genommen wurde mehr aus meinem verstand heraus sie liegt egal was in den nächsten tagen und nicht passieren mag ich werde nicht vergessen wer mir die entlastung von meinen träumen brachte und vom antrag der sehen die ich gesammelt habe ich möchte wissen was sich beschäftigt naja um es einfach auszudrücken die ich sie schluckt ich habe es versucht aber ich kann dich nicht aus meinen gedanken und träumen heraus aber ich bekomme dich nicht aus meinen gedanken und träumen heraus halt ich will es nicht hören was soll das heißt ich glaube ich ahne worauf das hinaus das tust du da hoffe ich es ist ein gutes zeichen oder wenigstens besser als all die anderen oben die ich bekomme vergib mir meine unverfrorenheit ich weiß dass es mir nicht zu schön aber ich habe dich gern mehr als es so mehr sich so recht sagen kann ja mit zittertem finger wischt sie ihre feuchten handfächer auf ihrer kleinen ich habe mich gefragt ob du die gleiche empfindung hast ich würde hoffen dass das eindeutig sein sollte du magst mich als freund nein das bin ich nicht ich dachte dass dort interessiert war ja das sagte ich auch zuerst aber in dieser zeit bemerkte ich dass es nicht er war der mein herz zum flattern bringt ich sehe nicht so viel zu ihm auf wie ich zu dir auf sie sie leckt ihre lippen und er bringt mich wirklich zum schwitzen wie du es tust es wird zeit dass du aufwachst ich bin schon immer hier für dich gewesen es wird zeit dass du aufwachst die wahrheit ist dass ich angst davor hatte dich zu wollen ich hätte nicht gedacht dass der wächter höchstpersönlich an mir interesse interessiert sein könnte wenn man doch immer nachdenkt wie stark du im vergleich zu mir ein bisschen gibt das kaum sinn ich habe fast angst davor ist zu glauben dass du mich genauso sehr und heftig willst so die aber verdammt wer es mich nicht sehr sehr glücklich macht also was passiert jetzt du bist mein sony und keiner kann dich mir weg nehmen nehmen wir mal die drei und streichen dir die haarsträhne weg ein lockeres selbstbewusstes grinsen breitet sich über xosys gesicht und zeigt ihre ebenmäßigen weißen zähne sie legt ihre zunge über ihre perlweißen zähne und beruht sorgfältig ein eckzahn bevor sie langsam mit ihren fingern langsam ihre finger in den teilen verschränkt mit großen augen atmet sie ein ich bin so froh dass du mich gewählt hast wächter du wirst schon sehen sie sieht sich vor berührt sein deine lippen mit ihren sie bewegt sich langsam ein zweimal vor und zurück bis sie sich mit einem ausmacht mit öffnet die augen schließt werden sie den kurs vertieft du schmeckst wie vergessene träume wie schicksal sie kochleicht und öffnet schüchtern ihre augen also gut geben wir beide umfällig sie salutiert mit einem grinsen ok idwin idwin nicht knapp erena ja da ist padegina anlauf äther alles sieht ganz gut hier aus was beschäftigt ich machen wir uns auf den weg baust du etwas er sieht dich kaum nicht mit kaum verhüllter orientation an alles klar bei dir es ist schon eine weile herzeitig offen mit jemanden sprechen konnte insbesondere über den bleibenden schlüssel das ist unerwartend befreiend mehr hat er leider nichts zu sagen ja gut hallo padegina sehr nette begrüßung padegina so trifft man sich wieder wächter und ich dachte wir hätten uns nach der krise der wohlgeborenen zum letzten mal gesehen ich muss zugeben dass ich dich nachts wenigstunden begleitet habe hat sich für uns beider so ist das vorteilhaft erwiesen sie schenkt ihr schenkt ihr eines ihrer seltenen lächeln und zunft rote scherper um ihren brustpanzer zu rechnen nach einem moment schaut sie in die fern und das lächel verschwindet an seiner stelle tritt anfolger dritter anfolger eines zweifels das ist das hat es in der tat ich bin froh dich wieder an meiner seite zu haben seine kamassen würde ich sagen aber nicht unbedingt so wie wir beides uns erhofft haben oder schön für dich ich habe meine burg verloren bin beinah gestorben nicht dass du danach gefragt hättest nehmen wir die zweimal ihr werdet im pik wieder dir zu sie wirkt beunruhig gut wächter wir bekommen nicht immer das was wir uns erhoffen nicht einmal dann wenn wir uns das bestes geben deine worte scheinen scheine den witzigen funken freunde die rasch erstickt zu haben sag einfach was du willst wie geht es dir gut alles in ordnung wächter kannst du mir mehr darüber sagen was geschehen ist nachdem wir taos besiegt haben nachdem unsere wege sich getrennt haben bin ich zu den republiken zurückgekehrt und habe den duks bells bericht erstattet der handelsvertrag den wir mit den annahmen fad vermittelt haben war für die republiken recht lukrativ darüber musste sie noch immer von weit ins vermächtnis erholen war nicht in der lage mit uns zu konkurrieren die duks bells waren so zufrieden mit meiner leistung dass sie mich zu einer persönlichen leibwache des duks von spirento erlaubt haben spirento ist die schönste einer republiken außerdem schätze ich die dukes mehr als alle anderen duks bells auch wenn ich das vielleicht nicht sagen sollte allerdings ging unser profil auf kosten des dörrweils deswegen konnte ich die früchte dieses sieges nicht so richtig genießen wusste ich doch dass der dörrweil wegen meiner handlung leiden musste ja was ist deine meinung über das was mit eotas geschieht was auch immer er vor hat was auch immer sie vorhaben für uns kann es nichts gutes bedeuten im besten fall sind die götter kinder mit viel zu viel macht im schiffen fall sind sie kaum besser als tollwürdige tiere die ihre wunde an unserer welt auslassen ich habe kein interesse daran zu entscheiden zu welcher sorte eotas gehört sie tut den gedanken mit einer flatternden hand bewegung ab mir gefällt dir das todesfeuer bis jetzt es ist mir gleich wo man mich entsendet aber ich denke das todesfeuer kann sich für die republik ganz profitabel erweisen wenn die dukes mich an diesem ort brauchen die die ich gerne dann lebt mal wohl okay sie hat nichts besonderes zu sagen ich habe nur den text den anfang mit ihr verkackt der hüter hier ja was soll ich als nächstes tun gut dann wieder an deck ich finde das echt lustig dass sie für die waldläufer solche interaktion eingebaut haben wie das fähige mit den baden kämpfen mit machen kann so was hast du zu sagen war ja ich weiß genau was du denkst war ja verschreckt ihre arme und steils mit der zunge gegen ihren gaumen bitte das war ich schwer zu bezweifeln nichts sagen du fragst dich wie konnte ich zulassen dass die königliche tonsvorgesellschaft ein format in meine besatzung einschleusen konnte sie glückst du dich hin aber du hörst doch ein hauch resignation heraus ja seraphim grins die hände gegen die hüfte gestimmt meine vorgesetzten könnten mich ab und an für einen bericht anfordern aber interpretiere da nicht zu viel hinein information ein bisschen diplomatie und auch viel mehr ziel übungen hier sie öffnet ihre hände und zuck mit den schultern wenigstens gibst du offen zu dass du mich ausspüren jetzt was hat mein was wenn meine handlungen der königlichen todesfeuergesellschaft schaden ich suche nach erotas ich will nichts mit dem ganzen theater um die handelsgesellschaft zu tun haben solange du meine befehle befolgst habe ich kein problem damit ich an bord zu haben wir sind ja auf meinem schiff ich bin der captain vergiss das nicht nehmen wir mal die 1 besser sie hören ist von mir als von jemand anderem richtig seraphim streicht streicht sich durch den bart ein leichtes grinsen im gesicht die gesellschaft fressen offiziere von außerhalb der mission nicht einfach so neu zu insofern sie kommen keinen vergangen guten grund hat und du bist ein verdammt guter grund nimmt das als kompliment was meine handlung der königlichen todesfeuergesellschaft schaden diese ganze Kampagne ist eine Risiko-Benefit-Analysis die nabie weiß du bist ein schaden und sie sind factoring in alle Potenzialen Losses guter guter guter